Ich mach gleich auch den Skin Contest. Ich bin jetzt echt mad, Leute. Ich hab jetzt auch keinen Bock mehr auf Skin Contest. Also das reicht mir jetzt mal wieder mit Skin Contest jetzt für die nächsten zehn Wochen, Alter. Da ist kein Nerv für. Das war ja also, das war ja wirklich... Ja, guck mal, er lässt eine Skin Kombi weiter. Er lässt eine Skin Kombi weiter, wo er sagt, dass er die selbst schon gemacht hat. Hä? Warum lässt man denn Skin Kombis weiter, die man selbst schon gemacht hat? So, weißt du? Check ich nicht. Stehe ich nicht. Ja, geht hier ARP, kommt heute Abend. Ja, ich denke mal, ich werde so ab 8 Uhr live gehen. Mal gucken. Ja, oder wir können ja bei SU noch mal mit dran teilnehmen, Leute. Wir können ja gleich, wenn SU noch gleich Dings ist. Wenn SU bewertetet, nehmen wir einfach bei SU dran teil. Bisher. Weil bei SU da weiß ich wenigstens, dass da vernünftig bewertet wird. Wenn SU wieder nicht seine Rappel bekommt, dass er dann auf einmal alles killt. Aber ich werde einfach einen anderen Dings, anderen Frozen-Skin nehmen. Und dann werden wir bei SU dran teilnehmen. Da ist halt... Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, bei Max bin ich auch noch nie im Finale gekommen, oder? Das ist halt echt... Der bewertet halt echt strange, Digga. Ich will dazu auch gar nichts sagen mehr, weil das ist halt seine Bewertungsart so. Jeder macht halt... Jeder hat halt so seinen eigenen Style, wisst ihr, was ich meine? Der hat richtig Bock abzuhauen. Man lässt aber keine Skins ohne Backbling weiter. Da haben wir auch schon oft gemacht, sag ich ehrlich. Weil ich einfach, äh... Äh... Keine Ahnung, weil... Weil der Skin einfach nice war oder so. Haben wir schon oft gemacht. Nein, ich hate ihn auch gar nicht, Leute. Hä? Was? Das mache ich doch gar nicht. Hä? Wo hätt ich ihn denn? Ich sag nur einfach, dass ich andere Bewertungskriterien habe. Ganz einfach. Einer ist weg. Einer ist weg. Einer ist weg. hey und das macht keinen spaß sobald er weiß welches ging ich habe bock mich das halt nicht mehr dann ist halt irgendwie dieser über überraschungseffekt weg ist ja ich meine deswegen ich spiele nächste runde weiter mit und dann ist gut bei es geiler skin contest ich werde nicht einmal den frost genennen muss der hingeflogen und ich habe die eingekillt wusste hier ist doch einer weg geflogen mit einem schockwellenbogen oder was die sind genau hier reingeflogen hat kein schockwellenbogen der schockwellengranaten ich bin gespannt wie weit es kommt oder ja wir gehen leicht offensiv rein oha oha mir noch mehr schade dass das mit dem auto nicht mehr geht würde ich bin echt gespannt wie weit es kommt ist ja auch drinnen das erste noch drinnen leute ach das geht muss muss ich ein boxen ok agam ja bro ich bin doch kein pro kennst mich doch ich bin ein noob also ich glaube nicht dass wir noch lange machen bro ich guck gerade bei max nebenbei er hat einfach so ein skelett weiter gelassen leute er hat einfach diesen skelett piraten weiter gelassen er hat den skelett piraten weiter gelassen anstatt diesen skinn hier auch nein ich habe keine meds wo ich habe brüttung nicht ein med ich habe auch echt keine menne also mein aim ist auch echt irgendwo verloren gegangen sag ich ehrlich heute gar nicht mehr meine rounds sie haben einfach zehn meds ich soll die frische prinzessin nehmen ja ich glaube nicht dass ich damit bei es wie weit kommen mit der frische prinzessin ja aber das auch schlecht dass das back bin verpackt ist weiß ich auch nicht du hattest nie aim ach ja ok schade schade marco dass du dich so verändert hast krass das von dir zu hören digga sag ich ehrlich es tut weh ein bisschen ja ich nehme keinen border ich nehme den borderlands skin nicht bro das ding ist halt ich werde eisgenehm weil ich halt schon so frost story und so habe weiß ich habe jetzt kein bock noch mal neue story oder so zu machen gar keine deswegen lassen wir es ach so bei max hätte ich die frische prinzessin nehmen sollen ja bei max wäre ich wahrscheinlich auch mit einer normalen frisch ich bin weitergekommen wo sind jetzt die gegner ich wollte eigentlich eine stelle runde machen ich wusste ja wo ist einfach weg das einfach weg schade marco okay bro bro dicker wieder pc spieler ab ist euch